Hallo liebe Kunstinteressierte! In der vorletzten Folge dieser kleinen Reihe möchte ich mit Ihnen, wie schon in der allerersten Bildbetrachtung, darüber nachdenken, was Zeichnen eigentlich bedeutet. Dazu betrachten wir einige Blätter, die mutmaßlich in der Natur entstanden sind und einzelne Bäume, Pflanzen bzw. nahsichtige Landschaftsausschnitte zeigen. Solche Zeichnungen konnten ohne Zweckbestimmung, als Fingerübungen oder mehr oder weniger skizzenhafte Notate visueller Eindrücke auf Wanderungen oder Reisen entstehen, wie sie viele KünstlerInnen des 19. Jahrhunderts unternahmen. Fallweise ist aber auch denkbar, dass es sich um gezielte Studien für bestimmte Gegenstände innerhalb einer größeren Bildkomposition handelte. Das erste Blättchen, das ich Ihnen zeige, ist denkbar unspektakulär. Wir sehen nicht mehr als einige gekrümmte Bleistiftstriche auf der Rückseite eines sicherlich aus einem Skizzenbuch herausgetrennten Stückspapier. Kein Kunstwerk, aber für unsere Frage nach dem Urgrund des Zeichnens aufschlussreich, denn es handelt sich um den Versuch einer unbekannten Hand, das charakteristische Zweierbäume, eben die Krümmung ihrer Stämme und rechts auch der wichtigsten Äste, gestisch nachzuvollziehen. Die Graphitspur des Bleistifts überliefert diese Geste auf dem Papier. Die Vorderseite des gleichen Blättchens zeigt wieder zwei Bäume. Während der hintere ähnlich knapp wie die eben Betrachteten angedeutet ist, lässt es die Künstlerin, im anderen Falle, nicht bei schwungvoll aus dem Handgelenk hingeworfenen Strichen bewenden, sondern fügt dem kurvigen Stamm stumpfwinkelig brechende Linien an, die die knorrigen Äste markieren. An diese wiederum schließen zartere, also mit weniger druckvoll aufgesetztem Bleistift erzeugte Striche als Zweige an. So entsteht vor unseren Augen die Silhouette einer jungen, dürren Eiche. Ich sage ganz bewusst Silhouette, denn es scheint kaum darum gegangen zu sein, die Illusion einer Baumkrone als eines dreidimensionalen Gebildes zu erzeugen. Die zeichnende Hand hinterlässt also auf der Fläche des Papiers nicht mehr als die lineare Projektion eines See-Eindrucks. Nun wissen wir alle, dass die Kunst spätestens seit der Frührenaissance mehr anstrebte. Ziel war die Suggestion von Räumlichkeit und der Plastizität aller Gegenstände. Dies studierte der Wiener Künstler Eduard Peitner von Lichtenfels, der 1872 bis 1901 den Lehrstuhl für Landschaftsmalerei an der Wiener Akademie inne hatte, auf dem vorliegenden Blättchen. Durch gekonnt eingefügte flächige Schattierungen scheinen sich die Baumstämme zu runden. Ihre Glätte und das helle Schimmern der nicht schraffierten Partien lassen uns vermuten, hier junge Buchen vor uns zu haben. Während wir auf dem nächsten Blatt Berücken mit ihrer von schrundigen Flecken unterbrochenen hellen Rinde zu sehen glauben. In beiden Fällen versucht der Künstler durch teils linearen, teils flächigen Auftrag des Grafits oder auch durch Stehenlassen der Papieroberfläche ein dem Seeeindruck möglichst nahekommendes Bild uns vertrauter Gegenstände heraufzubeschwören. Naturnachahmung ist sein oberstes Gebot. Dies gilt zweifellos auch für die folgende Zeichnung, deren Monogramm K.B. auf den Weimarer Landschafter Karl Buchholz hindeuten könnte, doch bleibt die Urheberschaft ungewiss. Der Gegenstand ist wiederum gänzlich unspektakulär. Zwei Büschel Schilfgras. Da die Stängel des Schilfs zu dünn und die Blätter zu schmal sind, konnte es hier, anders als im Fall der Baumstämme, kaum um die Nachahmung von Oberflächenwirkungen gehen. Die größte Herausforderung für den Künstler stellte offenbar das räumliche Verhältnis der zahlreichen sich biegenden und überkreuzenden Blätter dar. Dort, wo deren Gespinst am dichtesten ist, füllte er die Zwischenräume mit dunklen Strichlagen, wodurch die Blätter hell hervortreten. Eine Ausschnittvergrößerung macht deutlich, wie das Wirrwarr der Naturformen unter der Hand des Zeichners eine beinahe geometrische Ordnung erfährt. Plötzlich sehen wir nicht mehr im Wind wippende Blätter, sondern parabelförmige Bögen und elliptisch verzogene Kreisbahnen. Auch wenn dem Künstler dies gar nicht bewusst gewesen sein wird, bewegt er sich an dieser Stelle für einen kurzen Moment auf der Schwelle zwischen Naturnachahmung und Konstruktion. Wege, wie sie die KünstlerInnen des Kubismus und Konstruktivismus wenige Jahrzehnte später konsequent beschreiten sollten, wohnten also schon der traditionellen akademischen Zeichenkunst inne. Ungleich stärker tritt das Bestreben, eine Bildwelt nach eigenen Prinzipien zu konstruieren, in Zeichnungen von Wilhelm Trübner zutage. Trübner, 1851 in der Romantikerstadt Heidelberg geboren, fremdelte früh mit dem akademischen Unterricht. Viel wichtigere Impulse empfing er abseits der Kunststadt München im Kreis um Wilhelm Leibel. In den 1870er-Jahren waren diese Künstler, zu nennen ist neben Leibel und Trübner vor allem noch Karl Schuch, so etwas wie die Speerspitze der Avantgarde in Deutschland. In unserem Zusammenhang ist zu bedenken, dass sich die Künstler des Leibelkreises in erster Linie als Maler verstanden und viele ihrer Bilder ohne zeichnerische Vorstufen direkt mit dem Pinsel auf der Leinwand erschufen. Dennoch entwickelte vor allem Trübner auch einen sehr markanten Zeichenstil. Bevor wir uns diesem zuwenden, sei kurz beschrieben, was wir auf der vorliegenden Zeichnung sehen. Gezeigt wird ein kleines bewaldetes Tal, dessen Boden mit Felsbrocken unterschiedlicher Größe übersät ist. Da die Bäume durch den linken und oberen Blattrand beschnitten werden, ergibt sich der Eindruck, mitten im Wald zu stehen. Ein Ausblick in freies Gelände gab es zum Horizont, ist an keiner Stelle möglich. Allein aus der Verwendung grünlich-grauen Papiers, zu dem die silbrig-grauen Bleistiftstriche relativ schwach kontrastieren, ergibt sich eine neblig-diesige Atmosphäre. Die Strichführung beschränkt sich im Falle der weiter hinten stehenden Bäume auf knappste Andeutungen. Die Stämme werden zumeist durch zwei vertikale, ungefähr parallel gezogene, teils mehrfach ansetzende Linien umrissen. Einige weiter vorne stehende Baumstämme erhalten durch schraffierte Schattierungen ein gewisses Maß an Plastizität. Einen Baumstamm in der linken Bildhälfte spickt der Künstler mit kurzen Bleistiftstrichen und erweckt dadurch mit einfachsten Mitteln den Eindruck dünner durch Lichtmangel frühzeitig abgestorbener Ästchen, typisch für unsere Fichtenmonokulturen. Ungleich markanter sind die Felsbrocken im Vordergrund gestaltet. Sie werden nur teilweise durch Umrisslinien definiert. In erster Linie erfolgt ihre Herausarbeitung durch Schattierung mittels Zickzack Schraffuren unterschiedlicher Dichte und Druckstärke. Durch das Gegeneinandersetzen unterschiedlich ausgerichteter Schraffurfelder erscheint die Oberfläche der Felsbrocken facettenartig gebrochen. Diese Art der Schraffierung greift auch auf einen besonders markanten Baum über, der einen der Felsen mit einer Wurzel umklammert. Dieser eigenwillige Zeichenstil hat seine Parallele in der Ölmalerei des Künstlers. Wie schon angedeutet, ging Trübner in den 1870er Jahren unter Leibels Einfluss zur Alla Prima Malerei über. Das heißt, er trug die Farben nicht mehr schichtenweise nach zwischenzeitlicher Trocknung auf, sondern setzte sie nass in nass nebeneinander auf die Leinwand. Mit Vorliebe verwendete er dabei relativ breite Borstenpinsel. Mit ihnen malte er keine langen Striche, sondern kleine, annähernd rechteckige Farbflecken. Durch Variation der Zugrichtung wie auch der Farbmischung ergibt sich auch in diesen Ölbildern der Eindruck, die Oberfläche der dargestellten Gegenstände setzte sich aus Facetten zusammen. Trübners Malweise weist dadurch erstaunliche Parallelen zum Stil Paul Cezannes auf. Aus der Nähe betrachtet zeigen diese Farbflächen noch die parallelen Spuren der einzelnen Pinselborsten. Wahrscheinlich handelt es sich bei den gegeneinander gesetzten Schraffurfeldern in Trübners Zeichnungen um einen Versuch, eine ähnliche Anmutung mit grafischen Mitteln zu erzielen. Obgleich der Künstler auf diese Weise eine sehr individuelle Zeichenmanier entwickelt hatte, scheint er der Wiedererkennbarkeit seines Stils nicht völlig vertraut zu haben. Geschäftstüchtig wie er war, hat er jedenfalls kurz vor seinem Tod 1917 viele seiner Blätter mit einer einprägsamen Signatur versehen, deren Linien seliger Schwung an Kalligrafien des Jugendstils erinnert. Vorteilhaft war dies für seine Erben, die einen Großteil von Trübners künstlerischem Nachlass 1918 in Frankfurt versteigern ließen. Damit genug für heute. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, Sie demnächst zur letzten Folge der Grüße aus dem Lockdown auf diesem Kanal wiederzusehen. Ihr Andreas Kante Schmidt Christian